Ich lebte ein Leben voller Fragen. Ich verlor fast den Glauben, denn wenn ich all das Gute, das Gott in der Bibel den Gläubigen verspricht, mit dem verglich, was in meinem Leben geschah, ergab es keinen Sinn. Ich hatte so viele Fragen. Ich fragte Gott, ob dies sein Plan war oder der des Teufels. Mein Mann war der Assistent eines Lkw-Fahrers. Während sie in Richtung der Stadt Masalani fuhren, wurden sie von den Kämpfern der Al-Shabaab angehalten und aufgefordert, die Shahada, das islamische Glaubensbekenntnis, aufzusagen. Mein Mann kannte es nicht und weigerte sich, den Herrn zu verraten. Er sagte ihnen, dass er Jesus nicht verleugnen könne. Die anderen sagten die Shahada auf und wurden freigelassen. Aber mein Mann erschossen sie. Seine Zeit war gekommen. Peninas Ehemann wurde Opfer der islamisch-extremistischen Miliz Al-Shabaab, den Hauptverantwortlichen der Christenverfolgung in Kenia. Eigentlich ist Kenia ein christliches Land. Nur knapp acht Prozent der Bevölkerung sind Muslime. Trotzdem lassen sich immer mehr von ihnen von den Ansichten islamischer Extremisten aus Somalia beeinflussen. Christen werden ausgegrenzt, unterdrückt und, wie Peninas Ehemann, ermordet. Eigentlich ist es in Peninas Heimatbrauch, dass sich die Verwandtschaft des Mannes um die Witwe kümmert. Doch Penina und ihr Sohn wurden von ihren Schwiegereltern im Stich gelassen. Da sie nicht für sich selbst sorgen konnte, kehrte sie zu ihrem Elternhaus zurück, wo sie herzlich aufgenommen wurde. Meine Tochter vergoss viele Tränen. Sie fragte mich, Mama, werde ich je wieder einen Mann finden, einen, der so gut ist wie Paulus war? Aber ich tröstete sie. Gott weiß, warum das passiert ist. Bitte bleib bei Jesus. Gib deinen Glauben nicht auf wegen dem, was passiert ist. Der Tod ihres Schwiegersohnes warf auch bei Peninas Mutter viele Fragen und Zweifel auf. Es war mir nicht möglich, über den Vorfall zu sprechen und ich konnte meine Last mit niemandem teilen. Ich fragte Gott, warum wurde er getötet? Du weißt doch, dass ich Christin bin. Ein Freund von Penina hörte von ihrem Leid. Er brachte die junge Witwe zu Open Doors, in der Hoffnung, dass ihr geholfen wird. So besuchte sie ein Traumaseminar und bekam Traumaseelsorge. Außerdem nahm sie an einem Jüngerschaftstraining teil, um ihren Glauben an Jesus Christus zu erneuern und zu stärken. Das Training hat geholfen, meine Wunden zu heilen. Ich hörte auf, Gott und seine Führung in meinem Leben infrage zu stellen. Ich war in der Lage, mit Fachleuten über mein Trauma zu sprechen. Das half mir, meinen Glauben zurückzugewinnen. Um Penina zu helfen, auf eigenen Beinen zu stehen, unterstützte Open Doors sie auch in ihrer beruflichen Ausbildung. Sie lernte zu nähen und Kleider zu entwerfen. Doch kurz vor Beendigung des Trainings mussten, wegen der Covid-19-Pandemie, alle Schulen schließen und den Unterricht abbrechen. Für Penina war das ein harter Rückschlag. Sie stand kurz vor dem Erhalt ihres Zertifikats und wollte ihr eigenes Geschäft eröffnen. Glücklicherweise konnte die Witwe zurück zu ihren Eltern, aber das Leben dort ist nicht einfach. Ihr Vater ist Tagelöhner und findet zurzeit kaum Arbeit. Der Familie mangelt es an Ressourcen. Open Doors unterstützte die Familie mit Essen und anderen Hilfsgütern, um einige schwere Monate zu überbrücken. Außerdem stellten wir Penina eine Nähmaschine zur Verfügung, sodass sie trotz der Unterbrechung ihrer Ausbildung anfangen konnte zu arbeiten. Ich möchte all denen danken, denen Gottes aufs Herz legte, mir zu helfen. Ich danke euch, wo auch immer ihr seid. Ihr wart sehr wichtig für mich. Ihr habt eine große Rolle in meinem Leben gespielt. In den Geschenken von unbekannten Menschen wie euch habe ich Gott erkannt. Nach dem Tod meines Schwiegersohnes fanden wir Beistand in Freunden wie euch, was uns vieles erleichterte. Wir wurden nicht wegen unserer Armut verspottet. Gott hat euch dazu bewegt, uns zu helfen. Er ist uns treu gewesen. Viele Familien in Kenia haben ähnliche Erlebnisse erfahren und sind Verfolgung ausgesetzt. Bitte beten sie weiter für Menschen wie Penina und ihre Familie, dass sie Heilung von ihrem Trauma erfahren und ihr Glaube weiterhin stark bleibt.